so die runde ist abgeschlossen ich ziehe aus ein trocken aus dem beutel 5 das steht irgendwann auf 5 so warte mal es kommt einmal hier auf 5 statt des fünfer tokens und den nightdemon stellen wir am besten da her das war jetzt nicht gut der nightdemon kriegt einmal 12 schaden der ist tot die münze kommt auf den boulder drauf ich hole die münze schon hartmann außerdem haben wir noch irgendwann 5 da ist noch ein 2 da ist auch noch ein 3er 5 das ist ein 2 auf 5 stimmt für der 8er da gibt es 2 auf 5 auch ja ja da beide achso es war ein doppelter ok das ist ja fast noch besser weil der kann dann nicht mehr zum harten also nicht mehr so leicht darüber naja ok wir brauchen beide nur 2 felder ok damit ist die runde abgeschlossen so ähm diese beiden nightdemons machen mich nervös eigentlich nature energie erzeugt nein nein ok 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 der mächtige magier wird nicht angreifen oder ok nein der mächtige magier wird sich schützen ok außer äh das könnte ich natürlich schon machen wollt ihr hat man wollt ihr äh energie haben soll ich energie herstellen ich brauche keine ich brauche keine ich schau mal ähm michi brauchst du energie ja dann nehme ich vielleicht die karte wenn ich sie schon habe dann nehme ich sie naja wenn ich spät dran komme na warte mal warte mal dann schaue ich dass ich eher früh dran bin ich glaube fast ich werde etwas lustiges machen dann verzichte ich mal auf die frost armor weil ich habe eh immer noch die clock of invisibility mit etwas glück ähm reicht mir die und dann kann ich dir eh energie produzieren äh was mach dein crackling air crackling air mache ich sowieso wenn er droht eine retaliation michi das crackling air mache ich sowieso gilt das dann auch für fernangriffe äh wenn nicht range dabei steht dann nicht ich nehme erst nur retaliation und runter keine range das heißt es gilt alle angriffe die neben dir sind also wenn einer dich mit fernangriff angreift wenn er neben dir steht gilt es auch für den nur die meisten ja ja ist ja weg miki ähm du kannst trotzdem mit der energie rechnen ich habe ich habe die crackling air mache ich sowieso ja aber du machst dich unsichtbar mit der zweiten karte oder? nein das ist ein gegenstand die unsichtbarkeit die zweite karte mit der ich ähm ich wollte zuerst die die frost armor machen aber um ehrlich zu sein wenn ich unsichtbar bin brauche ich die frost armor nicht dort wo ich stehe kann ich auch keinen schaden kriegen ähm und im schlimmsten fall ähm kann ich mich unsichtbar machen ja also ich muss mal schauen was die was die einzelnen typen machen aber wenn die zum beispiel keinen fernangriff machen dann brauche ich nicht einmal den unsichtbarkeitsding und muss mich auch nicht und muss mich auch nicht schützen mhm 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 Und wenn du irgendwo hinkommst, etwas aufmachst, dann kannst du die Karte lesen. Du darfst aber den Leuten nicht vorlesen oder solltest den Leuten nicht vorlesen, sondern darfst ihnen nur erklären, was du siehst so in die Richtung. Also mit eigenen Worten. Das ist sicher lustig. Ja, hört sich gut an, wirklich. Ganz kurz noch besprechen. Du brauchst noch keine Energie erzeugen in der Runde. Kannst du einen Angriff stattdessen zaubern? Nein. Den brauchte ich nämlich mit der unteren Seite. Und die einzige Karte mit der unteren Angriffsseite, die ich hatte, habe ich für die Karte ausgetauscht, die ich jetzt ausspielen würde, um Magie zu erzeugen. Das heißt, nein, ich habe keinen Angriff unten. Und ich brauche von Crackling eher die obere Seite. Und das ist das einzige, was ich auf jeden Fall spiele, damit ich dann richtig rums mache, damit der Kristall möglichst schnell weg ist. Ja. Andi, ich bin aber ein bisschen müde heute. Was haben wir vorhin zuletzt geredet oder was sollt ihr in der Regel nach sprechen? Ich meine, wenn ihr wollt, ich kann schon meinen Plan ganz ändern. Ja, ja, ja. Ja, danke. Warte, kannst du, ist dein Plan jetzt den Kristall wegzupallern? Ja, also die nächsten Runden dann irgendwann einmal, aber ich kann das... Das Problem ist, ich muss Crackling eher jetzt spielen, weil ich jetzt Windenergie habe. Windenergie ist das einzige, was wirklich schwierig ist, aufzutreiben normalerweise. Ähm... Vor allem, ich habe letzte Runde diese teure Karte schon ausgegeben. Und ich könnte irgendwann Wind erzeugen, wenn es wirklich notwendig ist. Nein, das ist egal, das ist egal, ich mache das jetzt und aus. Ich will niemanden jetzt angreifen, weil jeder Angriff, den ich jetzt mache, ohne dass ich Crackling eher habe, ist ein Angriff, der schwächer ist. Und mit der Crackling, da mache ich einfach um einiges mehr Schaden. Ja, das ist verständlich. Es ist immer das selbe Problem mit Crackling eher, dass man halt eine Runde keinen Schaden macht, aber danach das ja ordentlich. Und ich meine, ja, es war natürlich ein Fehler. Ich hätte mich nicht vom Hartmann beschwatzen lassen sollen. Ich hätte die andere drinnen lassen können, da hätte ich die spielen können. Da hätte ich tatsächlich einen Fernkampfangriff gehabt unten. Aber im Nachhinein betrachtet finde ich es, glaube ich, gar nicht einmal so schlecht, weil, was ich jetzt dafür machen werde, ist wahrscheinlich, dass ich mir Magie für die nächste Runde dann schon rein tue. Zum Beispiel Feuermagie. Und dann kann ich zwei oder drei Leute, wenn sie richtig stehen, gleichzeitig mit einem relativ schönen Angriff angreifen. Wir haben alle entschieden. Ja, wir haben es ausgelegt. Ja. Okay, schauen wir mal. Also ich habe 20. Hey, wir sind alle von 20 bis 29 dran. Übrigens die Night Demons Mission. 35 ist nach uns dran. Greift zweimal an, bewegt sich aber nicht. Das ist gut. Die mögen kein Licht haben. Wenn jemand Licht erzeugt, vielleicht erzeuge ich es sogar nicht. Ich kann Licht erzeugen. Also wenn ihr wollt, ich kann Licht erzeugen. Das geht. Ja, erzeugt Licht. Ja, erzeugt Licht. Und da hat jetzt noch einen Deep Terror. 54. Okay, das ist klar. Die dürften häufig Fernkampfangriffe da drinnen haben. Die schauen nur lieb und harmlos an. Außer in Wirklichkeit hauen sie alles tot. Ja. Oh, Rundstein. Endpfeusen. Target Orisoned Enemies. Ja, also man will weg von denen. Ich wollte jetzt gerade hingehen, aber das sollte ich dann ja nicht machen. Nein, 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 nein. Nur der, was daneben steht, kriegt. Danach gibt es einen Fernkampfangriff. Ja, ich stehe daneben. Du kriegst Wund und Pfeusen. Nein, ich werde weg. Nein, ich wollte hingehen jetzt. Achso, du kommst weg. Ich komme ja vorn dran. Nein, ich komme nicht so leicht weg. Das ist das Problem. Schauen wir mal. Achso, ich gehe nicht hin. Weil ich sonst natürlich, wo ein Hindernis runterfällt, gehen würde wahrscheinlich. Aber... Achso, ich bin auch dazu als Erster dran. Warte mal, warte mal. Wie viel Leben hat der neuner noch? Fünf. Fünf. So, pass auf. Na, warte, 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 warte mal. Zweifel. Du könntest auch... Nein, du willst nicht neben denen stehen bleiben, ja? Na, wir sind die... Könnten wir die Dinger vielleicht killen, bevor sie dran sind? Achso, Moment. Hatma, du hast einen Stunangriff. Ja, aber dann kann ich dich nicht heilen. Ich habe dir schon gesagt, das ist meine Alternative. Das ist mein Plan B. Pass auf, die bewegen sich jetzt nicht. Du könntest den Stunnen. Natürlich nicht. Dann ist der Deep Terror 2, hat noch sechs Leben. Ich greife ihn an. Nein, ich greife ihn nicht an. Naja, du könntest den Deep Terror 9 killen, einfach. Und den anderen Stunnen. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, Andi, kannst du einen von denen töten. Nächster würde er töten, ja. Ich kann den nicht killen. Warte, warte mal, der Haaratm ist vor mir dran, ja? Nein. Geht nicht. Geht leider nicht. Wir sollten uns wirklich jetzt gut anschauen, was wir machen können. Weil wir sind jetzt alle vier vor dem... ...dem dran. Und wir sollten das abstehen. Also der René ist nichts, außer dass er Licht erzeugt. Wird nicht viel machen. Warte mal, jetzt kannst du dich um zwei bewegen. Mit Move Attack 2. Warte mal, sehe ich das richtig, dass da auf dem Feld liegt? Auf welchem Feld auch nichts ist? Na, gell? Auf welchem Feld? Den da. Ja, da ist auch nichts. Da ist ein Night Demon gestanden am Anfang. Oder? Nein. Oder wenn es gibt her, dann will er jetzt... Nein, nein, nein. Blödsinn. Das war einfach leer, ja. Da würde ich gerne nächste Runde hingehen. Ja, aber... Du hast ja dann hast Bunt und Päusler oben, gell? Nächste Runde, nicht diese Runde. Achso, nächste Runde. Die Runde mache ich gerne. Diese Runde ist es so. Wir wollen weder neben Deep Terror stehen, und noch weniger neben Night Demon, weil die Night Demon bewegen sich in dieser Runde nicht, aber greifen zweimal an auf Leute, die neben ihnen stehen. Boah. Ja. Ich hätte vier Bewegungen. Das Problem ist nur mit vier Bewegungen. Ja. Das eine grüne Feld ist da, wo der René steht. Genau. Der René könnte allerdings seinen... Sein... Hat er nicht sein... Nein, ich könnte mich da herstellen, wenn sie ist. Du könntest das Feuer weggehen auf den Schatz, und dann könnte ich mich auf das Feld bewegen, wo jetzt der René ist. Mit meinem Vier. Ja, 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 mach. Das ist gut. Das hört sich gut an. Jetzt komme ich vor dir überhaupt dran, Hartmann. Es ist egal, was denn stimmt. Ja. Jaja, stimmt. Das könnte ich machen. Ich meine, das wollte ich gerade vorschlagen, wenn ich nicht vor dir dran bin, aber... Und dann habe ich keine Sorgen. Ja, stimmt. Ich habe keine Sorgen, weil ich im Fernkampfangriff stehe, aber das... Wir stehen im Fernkampfangriff von allen. Kannst du aber... Warte mal. Welchen stunnen wir dann? Ja, ich heile dich. Ah, du heilst mich. Genau, du heilst mich. Ja, passt. Na, und dann... Warte mal, dann stehst du auch nicht in der Range, dann bin ich das Opfer. Ja. Ja. Oder? Nein. Das Wichtige ist, wir wollen nicht neben ihnen stehen, weil sie sonst... Ja. Ah, Blödsinn. Wir bekommen gar keine Wungen mehr nach. Das passt schon. Das ist gut. Das ist wichtig. Was macht die Curse eigentlich? Dass sie ein Disadvantage kriegen, oder? Ach, nein, Blödsinn. Sie kriegen Karten rein, gell? Ein Pazzer. Ein Pazzer. Ein Pazzer. Ein Pazzer. Ja. Das heißt, du gibst den Monstern irgendwann in diesem Szenario einen automatischen Pazzer auf einen von uns. Ja, aber sowieso. Das haben sie dann... Ach so. Das ist ja wurscht. Das ist einfach im Angriffsteck drinnen. Im Monsterdeck kommt ein Pazzer rein. Passt. Ja. Zwei sogar. Ja. 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 Dafür... jeweils einen. Na gut. Dann setze ich den Stiefel ein und gehe um 10 früher. Ja, danke, René. Ah, na. Verdammt. Was war das F? Nein, nicht Flip. Äh... E. Meine Güte. Ich habe immer R gedrückt statt E. Was möchtest du machen? Nein, ich habe meine Stiefel eingesetzt, dass ich bei 15 dran bin. Ja. So, äh... Dann setze ich die Crackling Air ein. Wie wir haben Windenergie, die ist aufgebraucht. Die war auf Winden übrigens. Das habe ich vergessen. Ja. Ja, jetzt ist sie gar nicht mehr da. Du hast jetzt Crackling Air aktiviert mit Plus 2 auf alles. Hab dich schon übergestellt. Und ich setze die untere Hälfte dann von Chromatic Explosion ein. Ich erzeuge Lichtenergie, wenn wir das so wollen. Ich hätte zwar sonst Feuer gemacht, aber das ist auch okay. Ähm... Und gehe ein Feld auf die... Auf die Kiste. Okay. Du hast die Kiste geöffnet. Ähm... Da unten rechts... Steht das hier. Was? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da steht was hier? Du hast diese... Hier diese... Dieses Rätsel freigeschalten. Naja... Okay. Und den Einsatzteil haben wir nicht gesehen. Weil da hätten wir andere. Da hätten wir was? Da hätten wir was? Nein, Trash Hotel 1 gab es schon bei einem anderen Szenario. Das ist... Das passt schon. Es ist nur nummeriert als... Weil es in irgendeinem Szenario gab es auch schon mal ein Trash Hotel. Das war Nummer 1. Mir hat das nicht zu bedeuten. Das wesentliche ist... Du findest diese... Inschrift... Ich will nachher die Tür öffnen. Aber... Ja... Wer weiß. Ich hoffe wir... Wir verstehen es, wenn wir die Tür geöffnet haben. Na gut. Ah, du bist dran. Warte. Nein. Er ist noch nicht dran. Ich aktiviere meinen... Dings... meinen... Clock of Invisibility. Ich bin nicht sicher. Diese Inschrift... Heißt... Dass... Drei Monster sofort sterben. Da muss ich mich nicht unsichtbar machen. Wer will das Gegenteil beweisen? Ja... Das Problem nur, Andi, ist... Moment... ...dass diese Monster... ...dass diese Monster... Na, erst wenn sie dran waren. Aber... Ja... Ah, stimmt, ja. Äh, Andi? Ja? Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Was man nicht sagen darf, ist... dass man zu einem bestimmten... Ort hin geht. Oder vor hat, auf einen bestimmten Ort zu gehen. Okay. So, und jetzt schaue ich in der Frequency Ask Bastions noch etwas nach, ob diese... Fluchkarte... äh... Sonne ist, für jeden von diesen Monster gilt. Und ich glaube nämlich, das tut es. Oder nur einmal. Und ich bin ziemlich sicher, wenn es ein Vorteil ist, hat es auch jedes Monster. Deswegen wird es auch sein, wenn es ein Nachteil ist. Äh... Jedes Monster? Ich bin ziemlich sicher, jedes Monster. Das heißt, die werden viele Bücher kriegen. Nein. Ich glaube nicht. Und zwar deswegen, weil der erste Monster nutzt die Magie. Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Äh... Ich bin jetzt mit meinem Zug dran. Bei dem mache ich jetzt schnell. Ich nehme also die untere Hälfte, das ist das Move 4. Äh... Von... äh... Stunshot. Und dann heile ich über eine Reichweite von 3, äh... den Crack Card. Um 4 plus 2 von meiner Potent Potable. Um 6. Passt. Mein Zug ist beendet. Handel. Ich lege jetzt mal diese Karte hier aus. Die nächsten 3 Quellen von Schaden werden mir egal sein. Nicht ganz egal, weil ich kriege Erfahrung. Also das ist mir nicht egal. Ja, und du verlierst auch die Karte. Ja, und jetzt mache ich einen Fernkampf an. Mit Stärke 3. 1 zu 3. Ich erreiche eh nur den Deep Terror Nummer 4. Naja, du erreichst auch den Night Demon 2. Achso. Aber ich werde mal die Deep Terrors wegräumen. Ja, die Deep Terrors, ja. Ja. Vielleicht haben wir eine Chance, die dann echt nächste Runde dann wegzuräumen. Nächste Runde werde ich einen wegziehen, glaube ich. Darf ich kurz unterbrechen? Ich habe nochmal nachgeschaut. Jedes Monster verbraucht das Element. Das heißt, es wird nicht beim Cursen verbraucht, sondern wir kriegen wirklich mehrere Curses. Jetzt rein ins Monster. Ähm. Plus 3. 3 sind 6 Schaden. 3 sind 6 Schaden. Auf den Terror 4. Genau. Pfff. Pfff. Passt. Also. Nicht schlecht, Herr Schlecht. Das war der Fährkampfangriff. Ich bin fertig. Jetzt kommt der andere Fährkampfangriff. Ah. Ich werde einmal angegriffen. Ich werde zwei Karten zurück auf die Hand nehmen. Ich suche sie mir nur aus, dass ich mich auf die Hand nehme. So, dann. Ich habe eine Karte ausgelegt, Martin. Sehr genau. Ja. Ah, okay. Alles klar, ja. Ich mache jetzt ein paar lustige Sachen. Nur, also wir, die Night Demons werden dank Rene, vier Flüschlitz-Monster werden mischen. Cool, cool, cool. Wie so vier? Nein, nur zwei, weil es noch zwei gibt. Entschuldigung. Entschuldigung. Nur zwei. Es sind nur zwei, ja. Was? Sie jeweils zwei, oder was? Also pro Monster? Ja. Ja, eben. Ich habe geglaubt, das sind die Terroristen. Ja. Okay. Gut. Ähm, ich mache jetzt mein Zug-Turbel auch. Ich heile mich um vier. Auf zwölf drauf. Deswegen jetzt kriege ich eine Erklärung. Genau. Und jetzt brauche ich was lustiges. Und zwar, ich erzeuge zwei Single Obstacles. Jetzt eines. Daher. Ja. Auf jeden Fall. Warte mal, ich kann doch A3. Kann er durch das Obstacle durch angreifen? Es trinkt He und es trinkt Fauliche. ich glaube nicht dass man kann das nur ich machen wobei ich frage mich gerade ob diese fände wirklich leer sind die sind leer okay okay also der tipp der neun ist immer keine probleme mehr für uns auf diese art und weise ein leeres ein leeres hex hat das ist nur ein anzeige muss das ist ein token bitte das ist eine spielvorbereitung dass du dort tokens hinlegen muss nicht leider haben keine trocken das sind szenario e tokens so heißen die scenario e tokens ich fürchte es geht nicht miche allerdings da lege andere karte aus überlegte noch was du sonst in dem zug gemacht hättest vergiss einmal was wir besetzt macht haben überlegte was du sonst in dem zug gemacht ist denn da keine ob sie eine andere attacke ausgespielt mit der unterseite bei der rambling advance ist verpflichtend weil das dann eine initiative war die ändern wir nicht mehr die karte ist ja ich könnte uns allen einen schaden geben dafür bekomme schild 2 weil das wäre glaube ich gar nicht zu dumm oder aber du verlierst die karte oder ja die verliert es wird jeder von uns durch einen fünfer aber es gibt fünf vier fünfer angriffe hat man ich lasse die karte also warte mal ich vielleicht eine andere karte dabei genommen ich vermute dass du eine movement karte genommen hättest um flexibel zu sein und das war richtig karte also warte mal ist es oben war obwohl ihre gedanken war ziemlich gut ja eigentlich ist schon ganz gern zugemacht aber ja nein hat er gespielt dann hätte ich auch nicht gespielt hätte ich ganz sicher nicht ach ähm karte ja Ja, passt. Ich lasse dich aber verfallen einfach. Wobei, ähm... Obstacles machen in dem Szenario finde ich allerdings generell ein bisschen weird. Ja, ich hätte gern, aber du liest das nach in den Regeln. Äh, nein, es ist nicht deutlich. Es ist nicht deutlich. Es steht hier, Empty Hex has no figures, tokens or overlay ties of any kind. Ja, aber das ist ja nur ein Token zum helfen. Nein, es ist ein Token und es gehört auf die Karte. Und warum ist da ein Token? Wenn da ein Zehner... Also ein Zehner ist so, oder was? Ja, da liegt über beiden Teilern. Ah, okay. Okay, was soll's. Ja, sorry. So. Oh, ich bin alle mächtig. Na, jetzt wird's schlimm. Mhm. Jetzt fangen nämlich die Nightdemons an. Die machen nichts. Außer, dass die zwei Flüche ins Monster Deck dazugeben und dann mische ich. So, ich hole mal zwei Flüche. Und ich gebe das Light auf Inert wieder. Und da oben bitte, es kommt von den Karten hier. Eins. Zwei. Und alles andere löschen wir da einfach weg. Ich lasse einfach hier. Warum sind da jetzt so viele? Was heißt denn was? Die sind Zehner, gell? So, jetzt sind zwei Flüche im Monster Deck drinnen. Und sonst machen die Nightdemons nicht. Also nichts in der Runde. Aber jetzt kommen mit 54... We expect them to die. Bye. No, Mr. Bond.